so hallo liebe kinder heute ein weiterer schritt zum thema division von dezimalzahlen es ist eigentlich heute nur ein kleines schrittchen eine kleine ergänzung zu dem was ihr schon könnt das heißt kommt nicht viel neues dazu nur eine kleinigkeit eben einmal angucken das haben wir schon besprochen 3,48 x 10 wenn ich mal 10 rechne bedeutet dass das komma verschiebt sich um eine stelle nach rechts das heißt aus 3,48 werden 34,8 und ihr seht das komma ist jetzt von vor der vier auf hinter der vier also um eine stelle nach rechts verschoben so wenn ich dieselbe zahl also 3,48 jetzt mal 100 nehme dann müsste das komma ja um zwei stellen wandern das heißt 348 so jetzt wird manch einer sagen moment hier ist sogar kein komma mehr ja das komma ist im prinzip hierhin gerutscht 1 2 stellen da haben wir das komma hinter der 8 dieses komma 0 brauchen wir im prinzip nicht hinschreiben denn 348,0 ist das gleiche wie 348 so dann haben wir hier 45,7 x 100 stellen wir fest das komma das können wir doch hier nur eine stelle verschieben da haben wir noch gar keine weitere wir müssen aber zwei stellen die 100 hat ja zwei nullen hatte ich euch ja gesagt diese eselsbrücke wir müssen immer um so viele stellen verschieben wie die 10er zahl nullen hat also bei einer null eine stelle verschieben bei zwei nullen zwei stellen verschieben bei 1000 die hätte drei nullen dann müssen wir drei stellen verschieben und so weiter und so fort ja aber jetzt noch mal zu dieser aufgabe wir müssen ja zwei stellen verschieben zück ja und dann zur kleinen erinnerung noch mal was machen wir dann 2 mal 10 das wisst ihr wisst ihr alle noch das ist 20 und 2 mal 100 ist 200 das ist für euch alle schon selbstverständlich geworden ihr habt schon in der grundschule gelernt wenn man mit 10 mal nimmt dann hängt man eine null dran wenn man mit 100 mal denkt dann denkt man zwei nullen dran ja und genau diesen mischmasch aus nullen dranhängen und komma verschieben den machen wir in diesem fall das heißt wenn wir mal 100 rechnen müssen wir zwei stellen sozusagen bedenken zwei stellen verschieben oder zwei nullen dranhängen und hier machen was hier machen wir so eine mischmasch geschichte das heißt wir können zwar um eine stelle das komma nach hinten verschieben so jetzt haben wir keine stelle mehr jetzt hängen wir einfach eine null dran das heißt aus 45,7 wird 4570 so ihr seht das vielleicht wir haben das komma dabei um eine stelle verschoben und noch zusätzlichen null und wenn man es ganz genau nimmt dann haben wir tatsächlich das komma hier stehen und damit ist das komma auch wieder zwei stellen verschoben von da nach da okay heißt wenn ihr nur eine stelle hinter dem komma zur verfügung habt ihr sollt aber um zwei stellen verschieben dann füllt ihr diese stelle mit einer null aus wenn ihr um drei stellen verschieben müsste dann müsstet ihr eine könnte hier verschieben und zwei nullen noch dranhängen also eigentlich kein problem so dann gucken wir uns die heutige aufgabe an und wir sehen das ist nichts ungewöhnliches keine besonders schwierige aufgabe das stimmt es geht im prinzip nur um das kleine schrittchen hier was passiert wenn ich um mehr stellen verschieben muss als ich hier möglich habe also ihr kennt ja die regel durch eine kommazahl dürfen wir nicht teilen das heißt wir müssen eine ersatzaufgabe bilden die uns zusichert dass die zahl durch die wir teilen wollen keine kommazahl mehr ist so dazu müssen wir erreichen dass das komma hinter die sechs wandert das bedeutet das komma muss 12 stellen nach hinten verschoben werden das heißt hier raus wird eine sechs ihr seht das das komma ist dann zwei stellen nach hinten gewandert das heißt dann 6,0 da schreiben wir aber so nicht auf das würde alles nur verkomplizieren so wenn wir hier das komma um zwei stellen verschieben dann müssen wir es auch hier um zwei stellen verschieben und da haben wir die situation die wir eben gesehen haben eine stelle hieße hinter der acht und zwei stellen hieße wir müssen hinter die acht noch eine null ergänzen okay also eine stelle können wir hier machen dann wandert das komma hinter die acht und dann noch eine null anhängen okay so das hieße das komma was vorher hier stand ist um zwei stellen nach hinten gewandert ne 44.080,0 okay so dann wollen wir es mal angehen die aufgabe enthält so einige schwierigkeiten dass eine schöne wiederholung auch die 6 passt in die 4 nicht rein deswegen nehmen wir gleich die 44 und da passt die 6 7 mal rein das sind 42 rest ist 2 und dann ziehen wir die null runter in die 20 passt die 6 dreimal rein 3 mal 6 sind 18 und rest ist 2 so die null hatten wir runter gezogen jetzt ziehen wir die 8 runter in die 28 passt die 6 4 mal rein 4 mal 6 sind 24 rest ist 4 und dann ziehen wir die 0 runter die 8 hatten wir eben jetzt ziehen wir die 0 runter das heißt wir müssen noch weiter rechnen obwohl wir diese ziffer schon runter gezogen haben dann müssen wir uns denken hier steht ein Komma 0 so und diese 0 ziehen wir jetzt runter da sich das um eine nachkommastelle handelt machen wir im ergebnis auch schon gleich ein Komma so und jetzt fällt hier schon was auf das hatten wir eben schon da passt das 6 mal rein Rest ist wieder 4 das geht so weiter das heißt wir haben hier ein ergebnis mit periodischem ausgang 7346 Komma Periode 6 okay das war's zu heute ihr bekommt wieder einige aufgaben dazu 155 166 177